Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Tatsächlich heute mal wieder mit dem Standard Batsuit, der schön zerstört ist. Das sieht gut aus. So, dann... Habe ich wieder vergessen nachzugucken, was das ist? Ob ich das jemals machen werde? Keine Ahnung. So, äh... Vielleicht finden wir ja irgendeinen Typen, der für den Riddler arbeitet. Was ist denn hier unten? Achso, da waren wir schon. Ich sehe gerade leider keinen. Vermutlich ist er längst tot. Oh, was ist denn das hier unten für eine Tür? Achtung, Moment mal. Er ist also tot. Achso, das ist das. Ja, da brauchen wir nicht nochmal reingehen. Warum ist hier denn niemand für den Riddler? Oder warum ist hier niemand, der für den Riddler halt arbeitet, so? Objekt zu klein. Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Es ist doch bestimmt das hier, oder? Oder auch nicht. Objekt verdeckt. Noch einen Drink. Ich würde sogar meine Pisse trinken, wenn es dadurch wärmer würde. Ja, dann... Mach das. Aber wirkt zu klein. So, nochmal. Ja. Der volle Geld ist. Batman! Er ist hier! Und jetzt bin ich auch schon wieder weg. So, was gibt es denn hier überhaupt alles noch? Eigentlich bringt das ja nicht viel. Das ist jetzt nachzugucken. Du hast Angst vor uns? Kein Wunder! Da unten ist auf jeden Fall einer. Er wird dann natürlich auch ausgeschaltet und die Informationen werden mitgenommen. Und dort vorne ist so eine, so eine, so eine, so eine Tür. So eine springbare Wand. Vorne läuft sogar noch einer. Wenn ich raus bin, falls ich hier rauskomme, verlasse ich sofort dieses ständige Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Bloodhaven gehen. Ist überall besser als hier. Und du bist jetzt? Ach, dann halt den. Und den dort frieren wir ein. Oh Mann, er ist es! Ja, ich bin es. Mach das mal mit der Blöden! Du hattest recht, es ist Batman! Liegen lassen. Liegen lassen. Was, du schießt dann, liegen das nicht. So, daher, dass du ja die ganze Zeit hier auch eine Waffe aufhebst. Aua. Doch, nee. Aber die ganze Aufwand für nichts. Okay, das reicht jetzt auch mal. Gut, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da vorne ist glücklicherweise noch einer. Aber hier sollte dann, ups, äh, hier sollte dann aber noch eine drin sein. Eine Truppe hier. Hoffe ich mal. Ja, hier ist noch eine. Gut. Immerhin haben wir mal wieder etwas gefunden. Immerhin mal wieder was gefunden. So, dann jetzt der Typ dort vorne. Wieso schneit's hier die ganze Zeit? Leg das an mir wieder Frieden ab. So, dann ist es, was wir zuerst. So, dann ist es, was wir zuerst. Schnell! Einfrieren! Was? So, jetzt kommst du mal her. Du kannst das hier mit oder ohne Schmerzen hinter dich bringen. Bitte tu mir nichts. Ich werde dir alles sagen. Das war mir klar. So, und jetzt leg dich hin. Und bleib liegen. Dann wird es angenehmer für dich. Dort vorne. Ist das noch innerhalb der Map oder schon außerhalb der Map? Ach ja, das lautet Karte außerhalb der Map. Batman! Es ist Batman! Ah, hier unten drin. Was macht Batman hier? Aha, Nummer 1. Und ein Rätsel soll ja auch noch sein. Okay. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Aua, ich war doch viel schneller als der. Und so. Auf den Boden mit dir. Dann dort vorne. Ah ne, direkt vor mir sogar. Aber da vermute ich mal, dass das eher unten in der U-Bahn ist. Ja, ist in der U-Bahn. Was bist du hier? Wofür bist du da? Ach stimmt, hier war mal ein Kampf. Wo wir Quincy Sharp gerettet haben. Oh, was machst du denn hier oben? Und ja, da haben wir den ja gerettet. Ja, obwohl man gerade von ihm spricht. Nach Wunder City gehen wir ein anderes Mal. Das würde ich gerne nun als letztes machen, sage ich jetzt mal. Nein. Nein, wo willst du denn hin? Hier lang. Und dann hier rein. Ja, wobei. So. Das hier? Nein. Irgendwo hier vorne. Aha. Aua, danke. Das wird eine sehr komische Perspektive sein. Wenn ich das hier öffne. Ja, okay, das geht. Obwohl, vielleicht ist der Punkt ja hier drin. Okay, das sind wenig Buchstaben. Der höher. Auf. Ja, hier drin. Gut. In liegt mal Maschine. Endlich. Ich werde mein Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Löse dieses Rätsel. Wenn du mich schlägst, dann gehe ich zu Bruch. Doch anstarren kann ich dich trotzdem noch. Was bin ich? Wenn du mich schlägst, dann gehe ich zu Bruch. Doch anstarren kann ich dich trotzdem noch. Was bin ich? Was gibt's denn hier zur Auswahl? Spiegel. Spiegel. Wie hast du das gemacht? Wer hat dir geholfen? Sag es mir. Ganz einfach. Eigentlich ist es egal. Komm und rette die letzte Wache. Sie wird genauso schockiert sein wie ich, wenn du nicht kommst, um sie zu retten. Die letzte Geisel. Okay, dann geht's doch jetzt wohl doch. Dann geht's jetzt wohl doch nicht nach Wonder City. Sondern zu der letzten Geisel. Ich hoffe mal, dass das die letzte ist. Ich sollte mir die mal markieren. Und hier vorne. Jetzt zurück nach Blackgate. Was ist mit der eigenen Anstattung? Gibt es die noch? Eine gute Note Chemie und irgendwas. Ace Chemicals. Vielleicht das Schild hier oben. Mann, ist das kalt. So. So. Ja. Dann soll hier irgendwo noch... Ah, Mann. Ist das ja diese Trophäe. Ja. Hatten wir die nicht schon? Oder wusste ich da nicht, wie man da reinkommt? Ne, egal. Das machen wir wann anders. Die Geisel ist jetzt erst mal wichtiger. Ich habe in der Anstatt meine Lektion gelernt und halte mich von diesen seltsamen Dreckspflanzen fern. Das war's. Ja. Ups. Ah, hier unten. Ja, hier. Und runter. Wir verreiten hier alle! Er ist der Lösch! Dann Joker! Wer ist der Nächste? Einmal bitte öffnen. So, was erwartet uns hier? Oh, laut. Ja, das, das, das wird doch ein bisschen einfacher. Ja, toll. Äh, hier. Ich steh's. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ruhe. Ist klar, dass sie sterblich ist und die Spannung nicht länger erträgt? Hast du ihr helfen, ohne gleich wieder unter Strom zu stehen? Du hast dir also in meinem letzten Puzzle das Hirn zermatert und eine sehr vorhersehbare Lösung gewählt. Wie wird ein Versuch aussehen, das nächste Rätsel zu lösen? Oh, das ist falsch, der hat falsch, okay. Man muss das Richtige treffen. Oh, innerhalb des Zeitlimits. Warum sind da so viele? Batman, was sollte das denn jetzt? Selbst mich schockiert es nicht, dass du versagt hast. Ich hab nicht mal Vierecke gedrückt. Der hat das einfach gemacht. Ich glaub, der will sterben. Okay, geschafft. Und Batman macht das nicht nochmal. Ich habe mir diese Herausforderung ausgedacht, um dich zu besiegen. Ich glaube, es funktioniert. Okay. Jetzt komme ich aber trotzdem nicht weiter. Was konnte ich da gerade was machen? Nein, okay. Okay, äh. Was hält dich auf? Angst? Ach ja, ich bin doch dumm. Oder Blödheit? Ja, das Zweite. Wie nennt man eine Federmaus? Durch die 100.000 Volt Stabstrom fließen. So, jetzt. Da gehen wir wohl besser mal nicht runter. Wie viele Fledermäuse braucht man, um meine Herausforderung zu lösen? Anscheinend mehr als eine. Wie lange soll ich warten, bis ich dir die Antwort verrate? Ich gehe da einmal rüber. Und dann das hier einmal. Ach komm schon, jetzt mal ehrlich. Der große Weltman kommt auch ohne zu schummeln oder am Internet nach Lösungen zu suchen weiter. Ist das alles zu anstrengend für dein primitives Gehirn? Hier unten ist nichts. Dort ist aber was. Ein einfaches Rätsel wird mit brutaler Gewalt angegangen, Dark Knight. Wie vorhersehbarer. Wenn man das damit nicht... Ah! 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 Hilf mir! Ja, bin ja dabei. Ah! Ich gehe vielleicht mit ein bisschen mehr. Ah! So! Ah! Ah! Rätsel! Wie kannst du darauf hoffen, diese arme, arme Wache retten zu können, wenn du nicht mal feinfasten Herausforderungen bewältigt bekommst? Okay, das geht nicht. Ach, ich bin ja... auch irgendwie ein bisschen... Ah! Bitte! Ich wollte hier... Äh, die Kamera... Ach so, die Kamera kann man gar nicht zerstören. Ich habe gedacht, ich muss... Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich musste zerstören. Ja, kein Wunder, dass das nicht geht. Und nun einmal wieder komplett zurück. Ah, nein, okay. Oh, das läuft sogar noch besser, als ich es hätte vorhersehen können. Du bist orientierungslos? Verwirrt? Das war nicht so gedacht! Dieser Raum war unlösbar! Wie hast du... Oh! Das ist noch nicht vorbei, Darnat! Diesmal hast du gewonnen! Aber ich komme wieder! Wo ist er? Ich habe mich um Riddler gekümmert. Der Code. Code? Er hat jedem einen Code gegeben. Wieso haben Sie keinen bekommen? Er klang, als würde er glauben, dass du tot bist. Er hat sich wohl geirrt. Kann ich irgendwas tun? Nein. Gehen Sie, wenn es geht, zur Kirche zurück. Oracle, wir haben ein Problem. Ich habe den letzten Riddler-Raum geschafft, aber es gab keine Funkfrequenz. Was hat er vor? Ich vermute, er hat nicht damit gerechnet, dass ich es schaffe. Das ist gut, oder? Er hat immer noch die Geiseln aus der Kirche. Wenn sie noch leben, muss ich sie finden. Durchsuche alle Aufzeichnungen über die Gebäude, die er benutzt hat. Es muss eine Verbindung geben. Okay, damit haben wir das auch fast geschafft. Ein Stufenaufstieg. Da ist alles fertig. Ja, Spezialkombo verschrotten. Oh, okay, das sieht gut aus. Man kann die Waffen auseinander nehmen. Hier, Jäger ist alles fertig. Und Catwoman auch. Ich finde weitere... Okay, ja. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.